so und damit hallo leute und willkommen zurück zu let's play wendel's monday wie gesagt tschuldigung wegen der kurzen folge im letzten part aber es kommt sehr viel dialog jetzt gleich daher wünsche euch jetzt schon mal viel spaß und dann sagt sie sie bräuchte jemanden der reifer ist also echt ich bin eine millionen jahre alt oder so was zum teufel ich hab dir doch gesagt du sollst in der wohnung bleiben oh shit stimmt ja denkst du mich jetzt um tja sollten wir eigentlich ist das der taschendieb ja na mein junge glaubst du du kannst einfach so rumlaufen und dir sachen nehmen die dir nicht gehören bringen wir ihm etwas respekt vor dem eigentum anderer bei ja komm schon hungersnot du bist dran ach komm schon du musst ihm doch nur die hand abhacken ist doch nichts dabei ja klar ist jetzt mittagspause aber ist doch egal das dauert nur eine sekunde und der junge hat den rest seines lebens dir zu danken ähm mittagessen ist die wichtigste mahlzeit des tages also ich zisch mal los und besorgen paar tacos und eine limo moment mal junger mann du gehst nördens hin bis wir nicht entschieden haben was wir mit dir machen und wenn ich ein attest habe dass ich akut am kleptomanie leide was zur hölle soll denn das heißen es ist uns egal was dein psychiaters ein betrugel nein hungersnot ich hab deinen unterkiefer nirgends gesehen und du bist auch nicht der einzige der hier die lösung des problemes steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden gesichtsaustrag ich ja warum nicht ich hab hunger ähm mir gefällt das irgendwie alles nicht ja warum denn nicht ja weil ihr hunger habt und mich wohl auffressen wollt da hast du natürlich recht was nein es muss da noch eine andere lösung geben hör zu junge ist schon klar du willst nicht gefressen werden aber schlimmer als die zerstörung allen lebens auf der erde ist die zerstörung allen lebens auf der erde während hungersnot die ganze zeit am jammern ist was für einen kohldampf er hat nimm's nicht persönlich da hast du recht er ist ein verdammter taschendieb also ist das persönlich ihr könnt mich nicht fressen die typen von der steuerbehörde wollen mich richten stimmt's mr tod oh miss das stimmt obwohl wenn wir dich jetzt fressen haben sie nachher weniger papierkram hey warte mal glaubst du nicht der boss wird dann sauer vermutlich aber die wird auch sauer wenn sie uns sieht während wir uns hier in vollen nens machen aber irgendwas müssen wir doch essen das ist ein grundbedürfnis wir sind auch nur menschen nein sind wir nicht oh stimmt ja kann mal jemand hungersnot seinen unterkiefer geben das genuschen macht mich fertig soll doch kein spielverderber ich find's rasend komisch tut mir leid wenn ich unterbreche aber ich glaube ihr habt euren boss vorhin mal erwähnt ja und kann ich die mal sprechen ich glaub nämlich dass das alles nur ein missverständnis ist und ich glaub mir mit der willst du nicht reden verstehe aber ich muss darauf bestehen ist mir egal ob euer boss eine irre perverse höllenschlampe ist und da warst du schon klar wer sie ist oder wir haben eine menge zu besprechen ehrlich mir wäre es egal wenn sich euer boss als eine art monströses widerliches schlammwesen herausstellt das wie marconi stinkt hast du hier polizermost oh scheiße sie steht direkt hinter mir stimmt's na sieh mal einer an wen haben wir denn da wenn das mal nicht Randall Higgs ist der beste aller denkbaren Freunde der Ringdieb der Raumzeitgefangene der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kümmern sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring hier? Bist du eigentlich völlig verblödet, oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Das ergibt Sinn. Ich fang nochmal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum, wenn man nur ordentliche Apokalypse hat. Und wenn man das machen will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich packe das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinem ständigen Raum Zeitveränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, werde ich wenigstens nur schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nur nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Oh, es sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefel, gestank sprechende Skelette. Aber vor allem, vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß, hör dich. Was hab ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Hm, sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Mads Geldbeutel konnte von mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich hab den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicher zu gehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps- und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen. Nur erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich hab mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte, ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon. Du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Oh nein. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hole dir ein Eis. Was für eine Sorte darf es denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... na ja. Die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller... Ölwechsel, du weißt schon. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Ihr merkt, es war ein langer Dialog, oder? Moment. Kurzen Moment noch. So. Also wie ihr merkt, der Dialog ging es so... Pi mal Daumen, elf Minuten. Es war schon... oder zehn Minuten. Es war ein recht langer Dialog. Also für die, die nicht wissen, wer diese drei... vier... Na ja. Gesellen, die sind... Ist recht einfach. Das sind die vier apokalypsischen Reiter. Der Tod. Der Krieg. Die Pestilenz. Und der Hunger, beziehungsweise die hungersen Not. Ich finde es auch sehr schön, dieses... äh... Detail, dass Pestilenz hier, ähm... Diese Duftbäumchen um sich hat. Damit er halt nicht ganz so sehr riecht. Also wie gesagt, ich werde die gleichen Dialoge nehmen, die ich auch bei meinem Adam-Spiel hatte. Und ich war da relativ ehrlich so, Sadie. Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest. Aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als... ...der Teufel bezeichnet geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume mir hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich Du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. So, hier hatte ich das hier unten genommen. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention Whore. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game Over. Schachmatt, du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen. Die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor fünf dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit. Zerstört! Hoffe, du stirbst im Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann. Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören. Das ist doch Wahnsinn. Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Ähm, äh, dürfen wir überhaupt Amen sagen? So, was habe ich denn jetzt hier genommen? Ich glaube, dass... Ich würde mir das ja nicht gefallen lassen. Na, dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen? Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Ja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille Sterblicher. Ja, wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheißt ja nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die vier apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, Halsmaul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlt. Jungs, was reicht jetzt? Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemanden um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, okay. Das war mir nicht klar. Reiter? Ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Ah, fuck. Komm schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Äh. Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Tja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Luft bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknoften sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch, irgendwas, was noch atmet. Äh, heißt das, er wollte mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet. Brühe, ratet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Ich nehm die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt. Besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verstehe keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hol euch mal was zu essen. So, und bis hierhin hab ich nur gespielt. Das heißt, ab jetzt ist wieder alles blind, Leute. Und ich dachte mir hier schon oder so, sie wollen Frischfleisch. Wir haben doch auf der Couch noch ein bisschen Frischfleisch. Das geben wir dann mal ab. Also, wie ihr vielleicht sehen könnt, dieses Bild hab ich euch ja vorher schon mal gezeigt. Das ist auch auf dem Dach, genau nach diesem Dialog, den ihr grad mitbekommen habt. Und den überspeichere ich jetzt auch. So. Und ich möchte jetzt aber sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.